hallo hallo zu einem neuen vlog von video video marcello und diana also wollen wir im grunde haben gleich im anschluss daran anknüpfen was wir letztes mal gesagt haben also dass also es ist auf jeden fall part 2 von part 1. erst kommt part 1 dann kommt 2. wenn du also noch nicht part 1 gesehen hast dann gehe hier hier noch raus und guck noch mal schnell part 1. willst du anfangen ja also okay dann fang ich mal an wir haben ja in unserem letzten video erzählt ich habe kurz erzählt wir haben ja also wir waren da stehen geblieben wird ich habe gezahlt ich habe bezahlt und dann war mich denn hier und dass das seit diesem tag wir keinen tag hatten wo wir uns nicht geschrieben haben und uns nicht gesehen haben auch wenn auch nicht persönlich fest das haben hatten wir am ende des letzten videos gesagt genau dann kam halt eine sehr schwierige zeit also es war so ich bin zum mrt gegangen und musste mich abchecken lassen wegen gewissen sachen die ich gespürt habe und ich hatte extreme kopfschmerzen und auf jeden fall bin ich zum mrt marcel hat mich hingefahren bin ich hingegangen okay habe alles gemacht dies und das okay fertig bin wieder raus man saß bei mir noch nicht drei minuten im auto und ich habe mir den ganzen tag anders vorgestellt eine sache die wir seitdem noch nie gemacht haben die wir immer mal machen wollten war ein zoo gehen und wir wollten genau an diesem tag in den zoo und ja nicht lachen wir gucken gehen gerne in den zoo eigentlich ich liebe es ins zoo auf jeden fall wir wollten an dem tag in den zoo gehen und ja dann hat sie einen anruf vom arzt bekommen ich war drei minuten im auto ja und wir sind losgefahren ja es war noch so der lebo platz da ich bin losgefahren und dann auf einmal ist sie ein anruf ich hatte so ein komisches gefühl und dann hat mich habe ich nicht reingegangen und dann habe ich gesagt hallo ja diese meinte ja der arzt möchte mit ihnen sprechen kommen sie bitte wieder können sie wieder kommen wo sind sie schon weit nein ich bin nicht weit okay ich kann wieder kommen wir werden in finland ja und dann auf jeden fall bin ich wieder zurück ja und ich hatte einfach dieses gefühl ich weiß ja als ob so gottes so mir in meinen kopf gesteckt hat ich wo ich da unter diesem gerät war ich hatte einfach so dieses gefühl da ist irgendwas ist das kann nicht irgend nicht sein ich hatte einfach dieses gefühl auf jeden fall kam ich wieder zurück sprach mit mir der arzt und meinte zu mir ja sie müssen sofort ins kartenhaus wie sofort sofort aufgrund der medizinischen notwendigkeit also es war halt auch nicht mehr die option familie darauf vorzubereiten oder eine tasche zu packen also wir können wir werden gleich im weiteren verlauf merken dass vor allem dies alles keine zeit mehr war ja ja was haben wir im grunde genommen im anschluss gemacht wir sind ins krankenhaus ja ja so dort war es hatte keine wahl wir haben gewartet 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 haben videos haben wir videos gemacht ja und wie lange kannten wir uns zu dem zeitpunkt ich bin also wo das rausgekommen ist war es mal der elfte zehnte wir kannten uns zwei ja sechs bis acht wochen ja zwei monate fast knapp zwei monate ja und dann hat sie mir gesagt die besagte nachricht bekommen wir waren im krankenhaus gewesen und wir haben schon hin und her diskutiert weil sie muss ja wenigstens ein paar sachen im krankenhaus haben und dann hieß es am anfang ja nach der ok lassen sie mal ihre eltern kommen oder ihre sachen her holen und so wie bitte denn keiner kann mir meine sachen bringen und so ich musste nach hause und so und dann ja wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen thematik zu diesem zeitpunkt mich ihre eltern noch nicht gekannt ja zu diesem zeitpunkt war ich einfach ein unbeschriebenes blatt was das angeht ja also wir haben kaffee getrunken ja wir haben video telefoniert ja wir haben telefoniert aber halt auch nicht mehr und nicht weniger so das darf man nicht vergessen und ja dann saßen wir da am krankenhaus und dann konnte sie natürlich auch nicht allein lassen ja sowas macht man nicht so und ich habe diesen menschen natürlich auch mega lieb gewonnen und dieser mensch steht jetzt einfach vor einer entscheidung die er zu treffen hat weil die medizinische notwendigkeit einfach nichts anderes zulässt und das war einfach die operation die operation sehr sehr zeitnah so was ist also passiert ich hatte ich hatte eigentlich am nächsten tag dienst das habe ich noch alles hingekriegt das konnte ich noch abwälzen und habe dann mit meinem chef telefoniert das hat alles wunderbar geklappt konnte also auch für sie da sein aber der arzt neun tage auf ab weg und zu neun tage genau also im endeffekt ist es weitaus länger geworden werdet ihr im weiteren verlauf auf jeden fall mitbekommen und meine heutige frau kam auf keine andere idee als die einzige sorge zu haben wie sie nach der ganzen thematik nach den ganzen untersuchungen sehtest augendruck test ich konnte nicht mehr sehen also wirklich so viel musste an diesem tag gemacht werden und war halt auch immer mit wartezeit verbunden und halt auch immer mit wartezeit gekoppelt mit dieser ahnungslosigkeit wir durften ja nicht oder dürfen ja nicht vergessen zu dem zeitpunkt wir wussten noch gar nichts außer dass dort am kopf etwas sei und ja was passiert meine frau meine heutige frau hatte eine sorge wie wäre ein friseur aufzusuchen das hat eine frage waren wir beim friseur ja oder nein ja aber zu meiner zu meiner verteidigung ja muss man kurz was erklären also ich habe blocken ich habe richtige richtige krasse locken mähne ja und der arzt meinte ja ich muss da operiert werden hat mir erst gezeigt und alles mögliche und ich habe blocken und ich weiß ganz genau das wäre noch schlimmer passiert wenn ich es dabei belassen locken zu haben und die op zu machen dann dachte ich mir ich habe keine kraft keine nerven keine lust jetzt meine haare irgendwie nach hause zu gehen waschen ich durfte auch gar nicht mal nach hause eigentlich und dann habe ich gesagt ja dann gehe ich mal ganz schnell zum friseur und mache meine haare glatt weil für die op und wie so ein mancher denkt ja gut alles klar 15 minuten rein raus mickey maus ja bei so einer frau dauert das ja irgendwie echt lange also habe ich mal mitbekommen wie lange waren wir da 45 minuten 60 minuten ich habe ja auch gequatscht ein bisschen ja aber das ganze wie gesagt alle friseurläden schließen gefühlt um 19 uhr ja und nehmen keine frauen mehr vor 18 uhr an äh nach 18 uhr entschuldigung ja auf jeden fall haben wir friseurladen gefunden sie war beim friseur ich habe sie dann zurück zum krankenhaus gebracht ähm Tasche kurz gepackt ja das hat sie auch noch geschafft hat er uns erlaubt er meinte ich will das gar nicht sehen ich habe gar nichts gesehen wir sind im Grunde genommen quasi einfach abgehauen ja ganz schnell um meine Sachen zu packen ich musste meine Mutter auch darauf vorbereiten sie war sehr schockiert ähm die ganze Familie war schockiert naja aber erstens war als allererstes war meine Mutter vor mir und äh das äh ja okay auf jeden fall war es nicht schön und auf jeden fall wir fassen mal versuchen es mal kurz zu fassen aber das ist halt so ein komplexes Thema wir würden jetzt hier bin ich mir sicher wir könnten mindestens 2-3 Stunden quatschen ja auf jeden fall wenn wir alles ins Detail erklären wollen auf jeden fall diese Phase hab meine Sachen geholt bin ins Krankenhaus hab die OP gemacht musste in die Intensivstation und der Marcel der Marcel der Marcel der Marcel war immer da ich musste ich war 2 Wochen in der Intensivstation hin und her alles ich habe jetzt einen Schand und alles mögliche dann kam so die noch schlimmere Sache dass ich nicht laufen konnte und dass ich nicht reden konnte ich konnte mir meine Zähne nicht mehr putzen da musste Marcel meine Zähne musste er irgendwie putzen ich hatte keine Kraft die rechte Seite war war wie gelähmt ich konnte nicht meine Unterschriften zum Glück zum Glück kann ich sie jetzt wieder ich konnte nicht unterschreiben und das Schlimmste wirklich das Schlimmste war ich konnte nicht laufen und ich durfte nicht sitzen ich musste wegen meinem Kopf immer liegen bleiben und das war halt das Schlimmste Marcel war jeden Tag da war immer da er hat natürlich meine Eltern auch kennengelernt alle meine Familie auch kennengelernt und die haben ihn kennengelernt und haben gesehen wie ein toller Mann er ist und er war immer da und er ist der einzige auch der reden konnte und der mit den Ärzten reden konnte und alles und deswegen waren auch meine Eltern so ein bisschen beruhigt dass es auch Marcel gab es weil was hätte ich gemacht wenn es Marcel nicht geben würde auf jeden Fall so kurz gefasst war das so und ich hatte lange Zeit war ich im Krankenhaus und nach dieser Zeit kam sie im Grunde genommen nach verschiedenen Aufbau-Therapien so Step-by-Step in Reha und das stellte uns so quasi vor die nächste Herausforderung ja also weil wie gesagt wir haben uns jeden Tag gesehen und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen selbst bei der Intensivstation ihr müsst euch vorstellen vielleicht kennt ihr diese Eieruhren 45 Minuten konnte man einstellen ja da gab es ja jeden Tag Änderungen wegen Corona ey so mal ein PCR erst mal kein PCR erst mal reicht es geimpft zu sein dann reicht es getestet zu sein also es gab jeden Tag eine andere Änderung und im Grunde genommen gab es dann zu dieser Zeit wo sie auf der Intensivstation war diese 3x1-Regel eine Person pro Tag eine Person pro Tag eine Stunde und was mache ich? ja ich bin eine Person ja okay pro Tag okay ich drehe einfach die Eieruhren ja ich habe einfach immer zurückgestellt und irgendwann kam die Pflegerin und meinte so sag ich so mal also irgendwie klingelt die nicht ich meinte naja vielleicht ist die kaputt oder so keine Ahnung ja auf jeden Fall das war auch schön naja ich habe ja auch am Anfang habe ich ja am Anfang habe ich ja auch geschlafen viel ich war nicht mehr bewusst sein auf jeden Fall wir haben diese Phase überstanden ja überstanden ich war in der Reha ich musste lernen wieder zu laufen alles mögliche das kann man sich gar nicht vorstellen dass ich ich renne ich laufe jetzt ich mache alles wenn ich kann alles springen ne da das das war das war unmöglich ne also unvorstellbar auf jeden Fall war ich in der Reha und ich habe mich verbessert und 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 ähm zu kurz gefasst ne so kurz wie möglich ja weil es sind schon schon 13 Minuten ne sag doch wir könnten hier noch stundenlang reden und wenn ich alles ins Detail erklären will ey wirklich auf jeden Fall war Marcel da und Marcel war jeden Tag da jeden Tag ich schwöre es euch wenn jemand so ein Menschen hat der soll es mir bitte sagen ich freue mich um Leben und Tod für ihn ja aber ein Menschen der jeden Tag jeden Tag egal wo du bist ich war in der Reha in Brandenburg ja egal wo du bist zwei Stunden hin zwei Stunden zurück und immer da war das ist das schönste was es gibt so einen Mann zu haben auf jeden Fall ja das war nach dieser ganzen Krankenhaus Reha Geschichte die wie gesagt völlig ins Detail gehen kann haben wir dann ja das schönste gemacht was man so einem paar wünschen kann wir haben geheiratet wir haben islamisch geheiratet ja warum wieso weshalb also ja warum wieso was warum möchte ich geheiratet ja erklär mal erzähl mal ich bin es ja allein schon meine Familie meine Oma und so hatten übertrieben Angst dass ich einen Deutschen heirate und alles mögliche aber meine Mutter hat gesehen meine Mutter hat gesehen wie perfekt er ist wie wie glücklich er mich macht und keiner würde das machen für mich ich glaube nicht perfekt aber einfach perfekt für mich also er ist kein perfekter Mensch ich bin auch nicht perfekt niemand ist perfekt keiner ist perfekt nur unser Prophet aber wir haben halt ein Motto wir sind Fuß auf Fuß Kopf auf Kopf und Hand in Hand warum sind wir Fuß auf Fuß ich gehe nicht ohne meine Frau irgendwo hin wozu so Hand in Hand weil wir halt gemeinsam für unsere Ziele kämpfen Kopf auf Kopf weil wir die selben Ziele haben wir denken auf viel gleich ja das hat einfach alles gepasst und und dann haben wir geheiratet es war so schön wir haben alles geplant und dann haben wir geheiratet islamisch und in so einer kurzen Zeit man denkt sich man denkt es ist lang aber es ist nicht lang es ist wirklich eine kurze Zeit wir haben geheiratet wir kamen zusammen kamen diese Krankheitssache dann haben wir geheiratet und unsere große Hochzeit steht bevor die große ist groß sowieso weil bei uns Arabern ist es so du ziehst ein weißes Kleid an und damit die ganzen Menschen so wissen dass du geheiratet hast so ist das bei uns Arabern es ist ja ich weiß ja nicht wer dir zuguckt Araber wissen das und deswegen sind wir gerade noch in der Planung und nehmen euch da auch so ein Stück weit mit auf die Reise mit ja ihr werdet immer mal wieder was hören dass wir vielleicht ein Stück weiter sind auf Instagram vielleicht ein Stück weit sehen oder auf TikTok je nachdem wir sind ja im Grunde quasi überall vertreten ja werden auch ab diesem Video alles dann unten mal verlinken ja schau gerne auf jeden Fall mal vorbei ja was ist im Grunde genommen in Part 2 passiert um das kurz zusammenzufassen wir haben kurz über die Krankheitsgeschichte gesprochen und kurz über das schönste Ereignis des Lebens ja die Heirat und oder die Hochzeit die islamische Hochzeit und ja das ist so grob ja das ist so grob Erklärung wer sind wir so begann alles und das sind wir gerade genau also das ist und jetzt kommen halt so die nächsten Steps jetzt geht es um Verpflichtungen jetzt geht es nochmal um die große Hochzeit die wir natürlich auch dank dem wunderschönen Corona ja nicht so feiern können oder nicht so feiern und planen konnten wie wir es wollten aber wir machen das Beste draus es wird auf jeden Fall ein sehr sehr schöner Tag da bin ich mir ganz sicher und du kannst auf jeden Fall jetzt ein Like da lassen weil wenn du bis hierhin geschaut hast dann muss es dir gefallen haben ja und wenn nicht dann frage ich mich was du mit deiner Zeit dann stellst also meine Lieben passt schön auf euch auf bleibt gesund bleibt auf jeden Fall gesund das ist wichtig nicht vergessen zu abonnieren und ein Like Support ist no mode Bis dann Tschüss